Hallo liebe Freunde der seichten Unterhaltung. So, da sind wir. Teil 2. Und wir haben mit diesem Teil aufgehört. Warum ist Green Barrett so schlecht? Ich mache es relativ kurz, weil dann kommen wir gleich noch zu was Sinnförderen. Es hat schlechte Grafiken, es hat einen unglaublich nervtötenden Soundtrack, eine ewig wiederholende Trommel, es hat schlechte Controls. Diese Version von Russian Attack oder Green Barrett ist einfach nur Scheiße. Und warum mir das dann erzählt, warum das dann bitte sehr für Sammler teuer ist, das ist unglaublich. Das ist Sheik-Fu, das ist Superman 64, das ist Sheetaman des MSX. Finger von. So, das ist Konamis Billiard, eine nette Pool-Billiard-Simulation. Das ist das Boxing, da habe ich auch schon eine Let's Show zu gemacht. Ist ganz nett, ist ganz Rocky-inspiriert, aber nicht jetzt irgendwas, was man kennen muss, da ist Punch-Out und sowas besser. Comic-Bakery ist hingegen ein nettes Game, wo ihr ein Bäcker seid und von Waschbären bedroht wird. Wer passiert das nicht? Jeden Tag bei Camps oder bei einer anderen Kette eures Vertrauens. Ist aber trotzdem ein nettes Game. Ach, jetzt kommen die Außenseiter. Und damit meine ich nicht die YouTuber. Ja, das ist ein Square Game. Das ist ein, ich weiß nicht, ist das chinesisch, ist das japanisch, weiß das jemand. Das sind so Games, die habe ich irgendwo mal bekommen. Fragt mich nicht warum, die sind mir auch nicht in Erinnerung geblieben. Und da werden wir gleich noch ein paar von haben. Ihr braucht die nicht. Ah, jetzt kommen wir. Jetzt reden wir doch schon Business. So, oben haben wir Arctic Adventure. Da haben wir ja Let's Play auch von gesehen. Das ist Penguin Adventure. Ja, Teil 1 muss kein Mensch haben. Teil 2 ist nach meiner Meinung nach das beste MSX-Spiel aller Zeiten. Das muss ein Sammler haben, sonst kann man ihn nicht ernst nehmen. Das ist King's Valley. Ein Puzzler, Plattformer, Logikrätsel, unglaublich toll. Teil 2 hat super Grafik, super geilen Sound, super Spielbarkeit. Teil 2 ist, wenn ihr gute Spiele sucht, könnt ihr nicht dran vorbeikommen. Das ist einfach Pflicht. Ach, jetzt kommen wir. Wer Summer Games und Decathlon mag, der muss diese Serie eigentlich haben. Und bevor ihr fragt, ja, der muss alle 5 Teile haben. Die haben tatsächlich 5 Teile rausgebracht. Die sind insgesamt 19 Disziplinen. Hier sind 4, da sind 4, hier sind 4, da sind 3 und da sind nochmal 4. Ja, das ist die Track & Field Hyper Sports Reihe, die glaube ich die meisten Leute aus Automatenspielen kennen oder von anderen Versionen. Das ist ziemlich dicht an der Automatenfassung. Interessant allerdings bei diesen 19 Disziplinen, hier fehlt Schwimmen. Und mir kann auch bis jetzt keiner erzählen, warum. Und wer heute auf DLCs und sonstiges stimmt und das da eben entsprechend unvollständige Games drin sind, damals hat man von so einer Reihe 5 Spiele gemacht. Das waren 5 Vollpreistitel, also die konnten das damals schon. Trotzdem, tolle Serie, muss man haben, kann ich nur empfehlen. Wer auf Sport steht, muss man haben. Lohnt sich auch wirklich, nicht unbedingt als Let's Play, aber lohnt sich mit Sicherheit als Let's Show. So, was haben wir denn da als nächstes? Ah, es geht weiter wie das Brezelwagen. So, brauche ich was dazu sagen? Metal Gear 1, gar keine Diskussion, muss man haben. Schweine teuer das Modul, aber sensationell gut. Ja, Road Fighter ist so ein bisschen der geistige Vorvater von F1 Spirit. Ein bisschen arcadey, ganz nett, aber muss man jetzt nicht haben. Die Goonies sind ein nettes Jump'n'Run-Puzzle-Ding, kann man haben, ist okay. Finde ich besser als zum Beispiel den zweiten Tag auf dem NES. Den finde ich ein bisschen merkwürdig, der ist ja so ein bisschen auch in die Richtung, auch so ein bisschen Adventure, ein bisschen RPG, ein bisschen irgendwas, wir können gar nichts. Also das finde ich besser. Hat aber nur 5 Stages. Das ist der legendäre Q-Bert, sowieso ein tolles Spiel, eine tolle Version. Und ganz wichtig, dieses Modul in der Kombination mit anderen Modulen macht viel. Erweitert Spiele ohne Ende. Das muss man haben. Glaubt es mir. Glaubt diesem unschuldigen jungen Mann, der euch jetzt nicht anguckt. So, wir kommen zum nächsten Stapel. Oh, jetzt kommen wieder... Ha, nee, komm, das machen wir in einer anderen Reihenfolge, dann macht das auch Sinn. So, wir kommen zu zwei Games, die wieder keiner braucht. Das sind so Beephorsts und Deep Forest. Ist nicht ganz toll. Ich schiebe es mal in eine richtige Reihenfolge. Das ist Topple Sip, das ist so ein Shooter. Das ist die MSX1 Version, das ist die MSX2 Version. Die hat definitiv bessere Grafik. Fragt mich nicht, warum ich beide Versionen habe. Aber ich gehe davon aus, das war wahrscheinlich einfach historisch. Deswegen habe ich dann einfach mal die Version dazu gekauft. Pipples. Pipples wird es als Let's Play geben. Oder vielleicht auch schon dementsprechend. Ich weiß nicht, wie faul ich bin mit Hochladen. Ist sehr kindisch aufbereitet. Hatte ich auch nicht viel Spaß damals dran. Bis ich dann gemerkt habe, was für eine unglaubliche Spieltiefe das hat. Weil das hat unglaublich viele Irrgärten. Das heißt, ihr habt so ein... Ne, Moment. Ich mache es immer gerne falsch. Ihr habt einen Horizontalscroller. So rum. Genau das gleiche wie bei Nightmare auch. Nur eben sehr kindisch präsentiert. So, ich sage mal, die sechs Jahre Version von Nightmare. Ist aber trotzdem ein tolles Game. Und ihr habt wirklich tolle Rätsel und tolle Stages. Die Musik ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber immer noch, das werdet ihr dann auch im Einzelnen sehen. Das kann ich nur empfehlen. Ist so ein Überraschungserfolg, den man kennen muss. So, Jusis oder Chrusas oder wie auch immer das richtig ausgesprochen wird. Eigentlich das bessere Goonies. Auch ein nettes Puzzle-Game. Jetzt halte ich nicht meine Hand in die Kamera, weil dann schreibe ich mir da. Äh, meinst du da? Das habe ich gesehen. Trotzdem ein tolles Spiel. Muss man haben. Ist für den MSX-2 ein ganz wichtig. Läuft also nicht auf der einsamen Maschine. Ist aber... Ja, ich kann es empfehlen. Ganz nett. Hat ein ganz merkwürdiges Ende. Das möchte ich schon mal vorweg nehmen. Ah, ich sehe schon. Jetzt werden die ersten jubeln. Da ist sie. Nemesis, Gradius, Lifeforce, Salamander. Wie immer ihr es nennen wollt. Da sind sie. Der erste Teil ist absolute Weltklasse. Absolut fliegt. Da ist irgendwas runtergefallen. Ob es da nichts wertvolles ist. Sonst, wie schon gesagt, gerne für mich spenden. Oder in den Kommentaren mich auslachen. Da ist also dementsprechend ein, äh, der erste Teil. Sehr solide, sehr gut. Der zweite Teil ist für mich das Beste der Serie. Toller Sound, super Grafik. Auch geniale Idee. Ihr müsst einmal den einen Weg hinfliegen. Dann müsst ihr den einen Weg nochmal zurückfliegen. Ihr könnt Bonuswaffen bekommen. Ihr könnt also die Feinde entern. Tolle Ideen. Tolle, wirklich super genial gemacht. Und wenn einmal den, äh, jemand den, äh, wie heißt der in Deutsch? Ich glaube der Lifeplanet. Der ist das, der Lebensplanet. Äh, auf jeden Fall unglaublich toller Song. Finde ich unglaublich gut. Super. Äh, Nemesis 3. Auch toller Sound. Ist mir immer ein bisschen zu Adventure-mäßig. Auf einmal musstet ihr nämlich dann Karten finden. Dann kamt ihr die Levels nicht mehr weiter. Äh, alles ganz, ganz komisch. So. Salamander. Und bei Salamander ist es wichtig. Da müsst ihr eins, ich glaube das war Nemesis 2, müsst ihr als Modul drin haben, damit ihr überhaupt den letzten Level spielen könnt. Ja, das ist lustig, ne? Äh, ist aber trotzdem ein tolles Spiel und wechselt auch die, die Perspektiven, wie ihr fliegt, ob ihr jetzt vertikal und horizontal fliegt. Die anderen sind alles die üblichen Vertikal-Scroller. Aber eine tolle Serie muss man haben. Sollte man nicht, muss man eigentlich in der Sandbox haben. So, kommen wir zum letzten Rest. Ah, und was für ein letzter Rest. Ah, da wird ja nochmal richtig groß aufgefahren. Vampire Killer. Das Castlevania für den MSX. Castlevania 1 der Hard Mode. Pflicht, Pflicht, Pflicht. Ist, glaube ich, aber nicht mehr so ganz billig. Das ist F1 Spirit, was ich angesprochen habe. Da habe ich auch schon mal ohne Kommentar was gezockt. Wirklich interessantes Formel 1-Spiel. Hat auch noch andere Rennstrecken. Und hatte damals eben schon Original-Rennstrecken. Und einen tollen Score. Da ist der legendäre Game Master. Das Sheet-Modul von Konami selber. Sollte man eigentlich haben, wenn man die Games hat. So, und als Abschluss. Da sind sie. Das ist einmal Nightmare. Und Maze of Gallius. Und ich glaube, beide Games sind unglaublich berühmt geworden. Nicht nur durch La Mulana, sondern sie wurden auch 17 Mal Remaked. 17 Mal Remixed. Die Soundtracks wurden gemacht. Das ist ein Horizontalscroller, der wirklich ein Extraklasse, der wirklich Spaß macht. Und das Ding ist auf Zelda 1, Zelda 2, Simons Quest Niveau. Gefiel mir als Kind witzigerweise gar nicht so gut, weil die Grafik eben hums miserabel war an manchen Stellen. Ist aber unglaublich tief, unglaublich gut. Muss man eigentlich haben. Kann ich nur empfehlen. Ja, und damit habt ihr sozusagen alles gesehen, was ich so habe. Ich schwenke noch einmal kurz auf den Rechner. Total geheimnisvoll. Ich schwenke noch einmal auf den Berg. Nein, und ihr seht, es ist nichts Wichtiges runtergefahren. Ich weiß, das interessiert euch, ne? Nicht, dass irgendeiner sagt, oh, nachher ist noch bei dir was kaputt gegangen. Ätsch. Ja, damit möchte ich es bewenden. Vielen Dank für die zwei Wochen Aufmerksamkeit. Und dann habt ihr alles gesehen. Ob ich nochmal Disketten zeige und Kassetten muss ich gucken, habe ich auch noch da. Aber das machen wir mal in anderer Gelegenheit. Jetzt wechseln wir erstmal die Systeme oder die Serien. Mal gucken, was man da finden kann. Alles klar, ich bedanke mich. Vielen Dank fürs Zuschauen und wieder abonnieren, kommentieren, bewerten, fave Abo und ihr wisst es ja, ne? Tschüss, guys. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank.